Herzlich Willkommen zurück zu AI The Somnium Files. Ja, wir sind hier und haben die beiden zusammengebracht. Ein bisschen Tricks nicht. Ich wollte gucken, ob wir hier im Float Chart eine... Ob die Entscheidung, die wir getroffen haben, irgendetwas geändert haben. Aber nee, das sieht alles sehr gleich aus hier. Alles klar. Das wollte ich nur nochmal eben gucken und euch dabei teilhaben lassen. Und dann würde ich sagen, sprechen wir mit MoMA. Dieser Ring sieht sehr teuer aus. Warum soll ich ihn haben wollen? Hey, kann ich den Ring? Absolut, natürlich kann man. Hier, geh es! W-w-witw-witw-wit, nein! Ich kann euch das nicht. Du bist so günstig. Komm schon, es ist nicht wie du es verlierst. Es ist genau wie ich es verlierst. Oh, ja. Wo sind deine Begleiter? Sie sind raus. Ich schaue für Renju. Außerdem, ich kann sie nicht hier haben, wenn sie mich so gesehen haben. Das stimmt natürlich. Gut Punkt. So, was ist jetzt mit dem Hinweis zu Renju? Du sagst auf dem Telefon, dass du Renju gesehen hast. Ja, ich hatte alle meine Leute, die ihn zu suchen. Also, sag mir, wo er ist. Hm, ich könnte... Hey, ich nahm mich mit in die Ecke des Raums. Date, ich weiß nicht, wie ich das gefragt habe, aber... Können Sie Tessa fragen, ob ich ihre Hand schenken kann? Bitte? Oh, das ist es? Natürlich. Oh, man, ich... Broke oder Huddle? Keine Ahnung. Wir sind keine Ahnung. Wir sind keine Ahnung. Er, äh... will sich deine Begleiter sehen. Was der fuck, Mann? Ich habe das nicht gesagt. Oh, sorry. Was ich gesagt habe, war, er will deine Hand schenken. Oh, eine Hand schenken. Natürlich. Ich würde mich nie meine Begleiter zeigen. Ihres Namen Momasan freundlich. Und schüttelte sie. Dante, das ist der glücklichste Tag meiner Leben. Es fühlt sich gut, der Boss zu sein. Also, wie geht es? Okay, hier geht es. Renju wurde in zwei Pläten gesehen. Erstens, Sunfish Pocket, der Maid-Cafe. Och, da. Zweitens, Ikume-Schrein. Sunfish Pocket in Ikume-Schrein. Okay. Got it, thanks. No problem, bro. Really? Okay. Dann können wir noch mit Iris sprechen. Wir stellen Moma mal vor. Oh, yeah. I haven't introduced this old man yet. I'm 24! Moma is lying. He is at least 48. Absolutely. Sorry for not introducing myself. My name is Moma Kumakura. I work for a prestigious advertising agency. You run the Kumakura Gang, right? You're like a mob boss. How did you know that? Is he stupid? I don't know if I'm a huge fan. Gambling. Bet. Debt. A-Sat. Worries. Uh, forget. Fred A-Sat. Now what does she say? A-Sat, you bet. Wow, my catchphrase. Thank you. This-this is kind of embarrassing. But sorry, Moma. I don't like gangsters. I don't like gangsters either. Gangsters are awful. All those nasty Yakuza guys should drop dead. Am I right? Ja. Ähm. Wir entschuldigen uns. Sorry for bringing you here. It's okay. You don't have to be scared, Tessa. We're not thugs. We're just a gang. About as contradictory as meatless beef. The old boss was really violent. He would take a cheese grater to someone's leg if they looked at him funny. But, after I took over, we went crystal clean. Crystal? Methamphetamine. No! We don't do drugs. We don't deal with that stuff. We had to restructure the whole operation. Cut a lot of people off. Cut? The throat. No! Not like that! Sicher? Den Granjo. What happened to Mr. Okira? I heard he escaped from the hospital. So did I. But I don't know anything more than that. Please tell me. Granjos Flucht aus dem Krankenhaus war seltsam. Drei Dinge fielen mir da sofort auf. Ich stellte die Fakten dar. Ähm. Mizuki wurde zu dem Ort gestellt, wo Shokos Leiche gefunden wurde. Und zwar durch eine Nachricht, die von Renjos Telefon gesendet wurde. Ich fand Iris' Leiche im Okira Fischerie Kühlhaus. Und früher am Morgen floh Renjo zusammen mit einem Gefangenen, der lebenslänglich einsetzt, eine Mörder namens Nummer 901. 801. Olda. What were you saying about Tessas dead body? Oh. Well. Date saw a parallel world with my dead body in it. A parallel world? Never heard of it? Oh, yeah. Of course I have. Yeah, yeah. Right. Parallel worlds and all that shit. Yeah. Ich verstehe es nicht, aber ich glaube, dass er es macht. Gut, weil ich es nicht so erkläre. Aber warum würde Mr. Okira das tun? Ich weiß nicht. Er könnte ein Hostage oder ein Accomplice sein. Einerseits, ich muss ihn finden. Moma, schau dir ein Virus für mich. Was? Was? Warte! Du verlagst mich hier? Du wirst mit ihm sicher sein. Oh je. Bist du wirklich ernsthaft? Schau auf seine Gesichter! Nicht zu erwähnen, dass er eine Krise-Syndikate läuft. Was, wenn er mich zum höchsten Bitter verkauft? Tessa, ich würde das nie tun. Ich habe dir gesagt, wir sind jetzt clean. Wir gehen alle nach Hause zurück, wir folgen die Regulierung der Regierung. Bis zum nächsten Mal. Warte! Was ist das für die Schraube? Ich habe dir gesagt, ich habe niemals gezwungen, dass ich mit dir spielen spielen. Aber du hast mir ein Date. Date! Ist das wahr? Du, Mann, eine Bitter! Äh, Moment. Ähm. Oh, das ist natürlich verlockend. Der Arme. A clean gang? Oh, das ist einfach nur ein Toi. Oh, das ist einfach nur ein Toi. Oh, einfach nur ein Toi. Oh, das ist einfach nur ein Toi. Ähm. Können wir irgendwo essen? Das ist einfach nur ein Toi. Ich habe es noch nie in einem Zeitpunkt. Oh, mein Toi tut. Es ist sehr schwer zu breathieren. Gut, dann schauen wir mal auf die Karte. Wir haben vier verschiedene Sachen. Sunfish Pocket, Ikume Shrine, den Schrein von Ikume, dann das Lagerhaus und Matsushita Dainer. Ach, zum Essen wahrscheinlich. Können wir nicht im Sunfish Pocket essen? Na ja gut, dann gehen wir ins Dainer. Erstmal essen. Renju kann warten. Die müssen wir nicht finden. Matsushita Dainer, Montag. Ach, der ist auch mal wieder da. Warum bist du hier? Ich habe gesagt, dass ich da war, also... Ich wollte immer hier essen. Ich werde mein normales, Ota. Ja, sofort! Ota floh in die Küche. Äh, ja. Iris beobachtete, wie er geht und setzte sich hin. Ach klar, das ist natürlich, ähm, hier die... Das ist Steiner von, äh, Otas Mutter. Natürlich. Ota. Wo ist Renju? Wo ist deine Mutter? Wo ist deine Mutter? Wo ist deine Mutter? Date, warum bist du mit Tessa? Wir sind. Not Shovelforge. On a date. Oh, a date. Huh. A date? I'm on an investigation, and she wouldn't let me go. Date, I have some delicious Fukueggs. I promised they're not poisoned. Would you like some? No thanks, I'm fine. Du kannst, kannst du gut kochen? Yeah, my dad taught me when I was little. You're making me something too, right? Sure, my treat, Date. Okay, Ota kocht. Dann können wir uns jetzt mit Iris unterhalten. Äh, warst du schon mal hier? Yeah, I have. Have you met Otas Mutter, Mayumi? Yeah, but... I don't think she likes me. That's not true. Mom is just jealous of how pretty you are, Tessa. Not very reassuring. Whether out of jealousy or otherwise, she's still doesn't like Iris. Ähm. Is it usual? Was nimmst du normalerweise? Omelette-Reis. Otas Omelette-Reis is so good, it gives me stomach cramps. Is that a compliment? Heh, you're embarrassing me. Well, Ota appears to have taken it as a compliment. Das ist die Hauptsache. Ähm, ja, wegen deiner Wiederauferstehung. Iris, about your coming back to life. Hold it! What do you mean coming back to life? Das hört doch nicht zu. Ähm. Ich entschloss mich, Ota, alles über Iris' Wiederauferstehung zu erzählen. Date jumped into a parallel world, where I'm still alive. Tessa... died? Yep. Die Stimme ist ein bisschen anstrengend auf der Warte. Ähm, ja, wegen... oder über die Parallelwelt. Hey, kannst du mir über diese Parallelwelt-Idee-Infektion erzählen? Oh, sicher. Wie soll ich das erklären? Well, hm... Oh, ich weiß. Let's play Rock, Paper, Scissor. Rock, Paper, Scissor? Ja, wenn wir tiehen, nichts passiert. Wir nehmen nur Hande. Wenn ich gewinne, dann musst du mir etwas geben. Was, wenn ich gewinne? Ich werde nichts machen. Äh, nichts? Mhm, nichts. Date, dein Herzrate ist schnell erhöht. Warum genau das? Okay, lass uns das machen. Okay, lass uns gehen! 1, 2, 3, Schuss! Gewonnen! Fuck! Yeah! Date, calm down. You're going to pop a blood vessel. Aw, I lost. But I made a promise. What do you want me to do? Uh, um, if it's no trouble, I wanna see your... See what? Let me see... See... I will kill you, if you say it. See... Uh, seal. I meant seal. Seal? Not the smoothest recovery. Oh, I get it. You wanna see me imitate a seal? No, Iris, please. Okay, well, here it goes, I guess. Tessa, what are you doing? Wir haben gerade gespielt mit Rock, Paper, Scissors, oder? Du hast gewonnen, und du hast mir ein Zeug gemacht. Aber in einer anderen Zeitlinie, vielleicht haben wir gewonnen. Oder vielleicht habe ich einen Preis von dir. Wenn ich mit Rock oder Paper wähle... Also diese Zeitlinien sind das, was ich nennen würde, Parallel-Welt. Also, du denkst, dass ich von einem Welt, in dem du tot bist, in dem du tot bist? Das ist das, was ich denke. Huh, Parallel-Welt, oder? Ich kann es nicht glauben, aber... Klar, du kannst! Parallel-Welt existieren! Du kennst die Mandela-Effekt? Oder die Bubakiki-Effekt? Oder die 100 Millionen Balls? Wenn ich das erkläre, würde ich mir glauben? Das ist wirklich interessant, Tessa. Ich weiß ein paar Urban-Legends wie das. Der Spatial-Temporal-Man... Und der Lost-Friend... Und die Geschichte von zwei Freundinnen... Ich hatte Leute darüber reden hören. Der Bubakiki-Effekt... Datte, schau an diese Bilde! Iris zeigte ein Bild auf ihrem Smartphone. Es gibt ein gewöhnlicher Experimenten über diese Bilde. Du zeigst diese Bilde an die Menschen in der Welt und fragst eine Frage. Welcher ist Bubak, und welcher ist Kiki? Believe es oder nicht, 98% der Leute gefragt haben die gleiche Antwort. Der rounder ist Bubak, und der jaggeder ist Kiki. Das ist lustig! In anderen Worten, jeder denkt, dass Bubak ist eine bestimmte Weise, und Kiki ist die andere. Es verwendet sich über die Sprache und Kulturen. Es ist wie etwas, die in alle Menschen entzündet sind. Interessant. Und weiter? Es ist wie, die Sonne und die Seine zu schütteln. Oder die Mutter zu schütteln und der Vater zu schütteln. Es ist egal, ob deine Kulturen oder Hintergrund... Du wahrscheinlich denkst das so. Es ist das Jung, der Collective Unconscious. Es gibt ein zweites Psychische Systeme, einer Collective Universal und Impersonal Natur, die identisch in allen Individuen sind. Das ist was Jung gesagt. Es ist wie ein Bamboo. Bamboo Stalks sieht wie individuelle Plätze, denn sie sind separatiert. Aber im Untergrund, sie sind alle verbunden. Human Psyches könnte so sein, auch. Verbunden an einem Sub-Konches Level. Das ist... Der parallelen Welt? Ja! Du hast mich in dem Traum, oder? Und Traum sind alles über unsere Sub-Konches-Minds. Also wenn du die Kulturen folgst... Du kommst zu einem anderen Bamboo Stalk. Ja, so etwas wie das. Kennst du Nelson Mandela? Ja, ja. Der früheren Präsident der Südafrika. Er hat die Apartheid abholfen. Er stirbt 2013. Aber eine gewisse Sache passiert. Als die Nachbarn wurde, Menschen in der ganzen Welt glaubten, »Mandela war nicht in der Präsenz in 1980?« Das ist das Mandela-Effekt. Das ist, wenn deine Erinnerung und Geschichte haben Discrepanzungen. Und weiter? » 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 « » » historische Events und kleine Dinge. Der Mandela-Effekt ist überall. Warum denkst du, dass das so ist? Weil diese Erinnerungen aus Parallel-Werlden sind? Das würde es erklären, ich glaube. Diese Welt ist voll von wirklich interessanter Sachen. Aber du kennst das alles von allen? Wieso? Dass Menschen überhaupt existieren. Das Universum entwickelt in einem sehr speziellen Weg, um hier zu kommen. Wenn Dinge etwas anders wären, die Galaxien und das Solarsystem und all das könnten nicht existieren. Und das bedeutet, dass Menschen nie geboren werden würden. Und selbst wenn alles genau so passiert, die Wahrscheinlichkeit, die Menschen zu entwickeln, ist extrem hoch. Und hier sind wir. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich eher 100 Millionen Kugeln. Oh. Oh. Wahrscheinlich. Aber was, wenn es 100 Millionen gibt? Na dann, ein von uns würde definitiv die eine. Genau. Die Wunschung der Menschheit ist so unverwaltbar, dass es eigentlich ein Wunschung ist. Aber wenn es mehrere Universen gäbe... Dann wäre es nicht anders, dass zumindest ein von ihnen Menschen in sie gäbe. Sie beschreibt das anthropische Prinzip. Ich hätte vielleicht ihre Intelligenz überrascht. Sieht so aus, sieht so aus. Okay, Iris sitzt vor mir. Okay, die zwei Schwestern. So, there's this girl. Let's call her... Bee. She's practicing piano in her room. And her little sister is watching TV in the same room. Bee asks her to turn the TV volume down so she can hear her piano playing, you know? So Bee goes back to practicing, playing a little bit. But her sister doesn't turn the volume down. She's not listening at all. So Bee turns around to scold her. She was really gonna let her sister have it. But she's gone. She's nowhere to be seen. She thinks, huh, I wonder where she went. But then Bee hears her sister at the door. I'm home! Bee runs to the front door and sees her sister and her parents standing there. So Bee asks, when did you go outside? But her mom says, what are you talking about? She went shopping with me. Bee is really confused by all of this, of course. She asks her little sister about it. And she learns that her favorite TV show was on. And before she went shopping with her mom. She was deciding whether or not she wanted to stay and watch it or not. So depending on her decision, a parallel world was made. Yeah. And what Bee saw might have been from the world where her sister stayed behind. The lost friend. There's this kid, A. He's in elementary school. Well, A had this close friend named Suzuki. One day after school, they're walking home together. A turns around to tell Suzuki a joke. And Suzuki is laughing his butt off. And he's laughing and laughing. And he laughed so hard that his eyes fell out of their sockets. What? Well, they were hanging down out of his eye sockets. The nerves were still connected, but... Eh. A is of course in shock and doesn't know what to do. Suzuki just takes his eyeballs and jams them back into his eye sockets and keeps walking like nothing happened. So, A asks him about it. Like, hey, are you okay? Your eyes fell out. A is really concerned for his friend, you know? But Suzuki just says, yeah, I'm fine. He doesn't say anything about it. And by now, A is really curious. But he's not getting any answers. So, they just part ways and go home. The story only gets weirder from here. The next day, A goes to school and Suzuki's not there. A is confused and asks his teacher about it. Hey, where's Suzuki today? And the teacher says, Suzuki? Who's that? There's no Suzuki in this class. A says, what are you talking about? And he goes and asks all of his classmates about Suzuki. They all say the same thing. I don't know him. There's no Suzuki in this class. So that kid must have jumped into a parallel world without Suzuki. That's what I think. Can't Suzuki just be an imaginary friend or something? No. A was really serious about remembering Suzuki. It is weird. And there's no way you can pop your eyeball back in like that. Hm. Hm. Das ist nicht wahr, dass dieses Suzuki existiert. Well, ich glaube nicht, aber... Abba? Oh, jetzt hätte ich doch noch mehr sagen. Können? Müssen nicht können, ja? Na gut. Dann gibt's halt Essen. Ota brachte das Essen. Er stellte ein Reisomlett direkt vor mich und Iris. Iris nahm ihre Gabel... oder Löffel? Spoon war Löffel... mit einem großen Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie nahm einen Löffel voll... Nein. Äh... Sie versuchte, einen Löffel voll zu nehmen. Tessa, bist du okay? Ich bin gut. Meine Hand hat geklappt. Lass uns essen. Hm. Iris und ich aßen das Reisomlett in nahezuer Stille. Es gab keine Unterhaltung. Nur das Geräusch der Löffel, die auf den Teller trafen... ähm... Die Echos halten durch das Diner. Und auch einiger Zeit. Ah! Danke für die Essen! Iris war wieder vollständig... wiederhergestellt. Ihr Gesicht war... in ihrem Gesicht war wieder ihr übliches Lächeln zu sehen. Ich zahlte fürs Essen und stand auf, um zu gehen. Lass uns gehen, Iris. Danke nochmal! Danke! Komm zurück! Machen wir! Okay. Ja, die Gesprächsoptionen sind jetzt weg. Na gut. Dann... halt nicht. Ja, und wo wir das nächste Mal hingehen? Sunfish Pocket, die Kummischrine oder wieder ins Kühlhaus. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin! We have reached a beat! You see! I see! Vielen Dank.